Gott sei Dank, ne Raiderrunde. Hoffentlich guter Spawn. Ich starte direkt hier, Alter, ist das, ist das Lucky. Zwei in einem, ach, noch ins Wasser, das ist natürlich Unlucky. Zwei in einem Gebiet zu downen und dann das Gebiet zu zerstören. Ich denke, das ist es. B haben die schon, das macht nix. Alle Level 1, ich bin Level 2, das ist gut. Die Taktik ist auch, wegzufliegen und in die andere Richtung zu gucken. Hallo mein Bester, ich sehe dich. Oh, und noch ein Bände, das ist ja mega gut. Hä? Hä? Oh mein Gott, der kommt, wollte denn helfen, der Dummkopf. Zwei zum Preis von einem. Alter, da ist einfach noch einer. Sind die dumm? Das sind die blöd. Die kommen einfach zu dritt rein. Das sind bestimmt die, die Low Level sind. Die feeden mich ja übel rein. Die feeden mich ja übel rein, Alter. Drei Stück auf einmal. Plus Dende. Und noch einer? Das war in dir nicht ernst. Das war in dir nicht ernst. Also, das ist ja fast zu eifert. Das ist ja wie, das ist ja wie Angeln in einem Goldfischglas. Das war, wer, wer... Ist da, wer, ist da gerade jemand noch am... Hat der denn unten jetzt währenddessen... Ah, ich war... Er hat den unten direkt gesurvived. Das ist ja witzig. Hey, Douglas. Douglas. So, und irgendwo war noch ein Dende. Der hat ja echt survived, ne, hier unten. Hat der ein Dende noch übergelassen? Ja, okay, danke. Jetzt kurz gucken, ob die hier wiederbeleben wollen. Wollen die auch noch. Das ist so witzig. Ah, das ist so einfach. Raiderrunden sind einfach... Sind zu easy. Wer ist denn hier schon wieder am... Ich hör das doch. Da. Ja, ich bin... Ich bin doch hier. Hä, wo ist der hin? Hä, wo ist der hin? Bin ich blöd? Wo ist der hin? Oh Mann, der Arme! Der Arme! Lass die Arme doch mal in Ruhe. Ne, ist so witzig. Mann, der Arme, der war schon fast weg. Ich mach mal ein Gebiet kaputt, ne? Ich mach mal eh kaputt. Das wird mir sonst zu wild hier. Der letzte Überlebende wurde besiegt. Hahaha. Hahahaha. Gute Map für einen Raider. Das ist die beste Map für einen Raider, übrigens. Hahahaha. Der Spawn-Punkt ist schon mal nicht so gut. Spawn-Punkt ist mies. Ich hab' ich doch gesehen. Scheiße, die haben schon A aktiviert und B bekommen alle Level 1. Ich muss jetzt mal so langsam in Level 2 kommen. Ich hab' jetzt schon 4 erledigt. Wenn ich jetzt nicht Level 2, bin ich sauer. Was? Doch, ich wollte schon sagen. 4 Stück musste ich machen. Assi. Und die haben schon A und B. Wer ist das? Komme ich wieder Feeden? Danke fürs Feeden, Leute. Vielen Dank. Gefällt mir. Vielen Dank. Ich tunnel voll Besser ist das, Flow Me? War es Flow Me? Ich glaube es war Flow Me, sorry Flow Me Den Dragon Ball brauche ich auch Hatte mehrere? Ne, nur einen Man merkt aber, die sind gut Alter, Kajouken geht der ab Ich brauche auch Kajouken, Leute Ich weiß gar nicht, was hier so gut ist, den net zu verfolgen Der hat auch einen Dragon Ball fallen gelassen Oh, L4 Und gar kein Gebiet kaputt gemacht Und warum nicht? Ganz einfacher Grund Äh, das kostet Zeit Während ich ein Gebiet kaputt mache Können die irgendwo einen Schlüssel platzieren Und so ist es natürlich viel entspannter Der letzte Überlebende wurde besiegt Easy Aber ich brauche Kajouken, Alter Kajouken ist ja übel Der ist so weit geflogen Aha, aha Jetzt wird der Frust aber richtig abgelassen Ich brauche Ja, ich brauche Ich brauche Ich brauche Die haben schon zwei Schlüssel platziert, was sind das für Roscher? Die haben schon zwei Schlüssel platziert, was die Schlüssel platziert. dauert ganz schön lange bis ich auf 3 bin, kann das mal sein und wer belebt hier wieder 2 zum preis von einem das ist ja der Effekt wenn ich auf Nahkampf angreifen, ah danke bringt es eigentlich jetzt noch was ein Gebiet kaputt zu machen erledigen zu früher buchen also war noch nicht tot, ah ok 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 Richtig gut rasiert Ich würde die Zeitmaschine kaputt machen Ich habe eine Mission Dass ich Überlebende killen soll Wieso würdest du die Zeitmaschine kaputt machen? Gibt das mehr Punkte? Ach weil die sonst fast Dings ist ne? Ja ich weiß was du weißt Damit die nicht noch gewinnen Oh man den will ich aber noch plätten So viel Zeit muss sein Wo ist denn der letzte Überlebende? Der wird wohl irgendwo sein Der letzte darf nicht abhauen Alle zerstört Alle besiegt Ey Raider ist zu stark Guck mal wie gut die mit den Schlüsseln waren am Anfang Es hat denen trotzdem nichts geholfen Die waren so stark mit den Schlüsseln